Ich habe so einen Scheiß geträumt. Was denn? Ich war ganz normal jetzt im Bett, so wie ich jetzt auch im Bett war. Ich habe irgendwie geschlafen oder irgendwas anderes gemacht. Fernsehen geguckt, keine Ahnung. So ein kleines Vögelchen, das war glaube ich so klein. Ich habe so einen verdi, das war dieien Tag. Ich habe so einen Advent, so ein Zeug, der hat mich nicht geguckt. Und ich frage mich. Ich habe so einen Freunden, in meinem Auto. Ich bin zu schnell, durch mich, ich bin zu schnell. Ich möchte mich ändern, das war ich so einen Moment. Ich fühle sie sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war schon... Das war schon...